Family Workout bei den Harrysons im Dubai Urlaub Die kleine Familie, bestehend aus Sarah, 26, Dominik, 26, und Mia Rose gönnt sich aktuell eine wohlverdiente Auszeit unter der arabischen Sonne. Doch ganz ohne Fitness kann das Power Couple auch nicht. Nach dem Strand geht's für die ganze Family ins Fitnessstudio und die kleine Mia schnuppert zum allerersten Mal Gymluft. Ob ihre Eltern sie in Zukunft wohl mit ihrer Sportleidenschaft anstecken werden?